Herzlich Willkommen bei Künstler der Region. In unserer heutigen Sendung stellen wir euch Katja Friedenberg vor, eine erfahrene Sängerin aus Kassel, die uns bei The Voice of Germany ihr Gefühl für Musik präsentieren konnte. In diesem Interview erfahrt ihr mehr über Katja's erste Berührungen mit der Musik und ihrem Weg bis hin zur Zusammenarbeit mit Größen wie Xavier Naidoo. Katja, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Passend zum Thema befinden wir uns im Konzerthaus Kapitol Mannheim. Uns interessiert es aber erst mal, wann hast du gemerkt, dass du Musik nicht nur hören, sondern auch machen willst? Meine Eltern haben das ganz früh festgestellt, dass ich musikalisch begabt bin und so bin ich eigentlich mit dem Gedanken groß geworden, Sängerin zu werden. Das war für mich eigentlich immer klar. Und später hast du dann auch Gesangsunterricht genommen als Teenager und in dieser Zeit, wie hat sich da dein Gesang verändert? Also die Stimme verändert sich das ganze Leben eigentlich. Also man lernt immer wieder dazu und verbessert sich. Aber im Teenie-Alter ist es natürlich noch mal wichtiger. Also da ist die Entwicklung auch viel krasser, wenn du dann vor allen Dingen auch Unterricht hast. Wenn man jetzt also mal so eine Spanne von zehn Jahren guckt. Also ich habe mit 14 angefangen mit Unterricht. Das ist schon extrem, was sich da entwickelt hat in der Zeit. Du hast dich trotzdem für ein Studium als Lehrerin entschieden. Warum? Ich bin am Theater groß geworden und ich habe da sehr viele Sänger kommen und gehen sehen und habe festgestellt, naja, es ist halt nicht so einfach in dem Business. Und dementsprechend wollte ich dann gerne eine Absicherung haben. Aber du hast trotzdem während dem Studium noch musikalische Projekte verfolgt, oder? Ja, genau. Also ich hatte ja immer so im Fokus, dass ich Sängerin werden möchte. Und das war für mich ein Hobby und auch gleichzeitig Zielberuf. Und dementsprechend, also ich habe eine Uniband gehabt, die auch immer noch existiert. Und vor allen Dingen habe ich aber ganz viel mit meinem besten Freund zusammen gemacht. Das machen wir auch heute noch. Wir waren ein Duo, er spielt Klavier und da sind wir viel in Restaurants aufgetreten, in Bars, auf verschiedenen Veranstaltungen und Hochzeiten. Da waren wir echt jedes Wochenende beschäftigt schon. Kleiner Zeitsprung, 2012. Du hast bei The Voice of Germany mitgemacht. Was hat dich dazu bewegt? Ein Bekannter von mir hat gesehen, dass man sich bewerben kann. Und die waren gerade parallel in Kassel. Und dann habe ich mich erst mal mit dem Konzept beschäftigt und das hat mich gleich total angesprochen. Und naja, ich war halt ein bisschen skeptisch. So Castingshows waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen verschrien. Es gab es schon echt oft genug und da war ich dann nicht so sicher. Aber ich habe dann gesehen, dass Xavier Juror ist. Und naja, da habe ich gedacht, der gibt es jetzt nicht für alles her. Also wenn der dabei ist, dann könnte es vielleicht was werden. Und war Xavier dann der Grund, dass du hier in Mannheim angefangen hast, im Capitol? Also wegen Xavier bin ich schon nach Mannheim gekommen, weil wir eben auch viel hier zusammengearbeitet haben und auch mit Singen um dein Leben. Aber ans Capitol bin ich eigentlich mit Rino Galliano und Rüdiger Skuzowski zusammen hierher gekommen, weil wir hier schon einige Konzerte gegeben haben. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, dass ich hier auch bei verschiedenen Produktionen dabei bin. Bist du an einem Punkt angekommen, an dem du zufrieden bist und verweilen möchtest? Ich bin auf jeden Fall total glücklich und zufrieden, weil ich wollte immer hauptberuflich Sängerin werden. Und das bin ich auch. Und ich mache so tolle Projekte wie meinen Song zum Beispiel. Aber natürlich solistisch gesehen kann es noch ein bisschen mehr werden. Ich arbeite gerade an meinem eigenen Album und schreibe meine eigenen Songs. Und das wäre schon toll, wenn sich das noch zum Positiven entwickelt und ich da auch erfolgreich sein kann. Danke Katja für dieses tolle Interview. Sehr gerne. Ich denke, wir haben dem Publikum einen vielseitigen Einblick in ein Künstlerleben geben können. Und somit verabschieden wir uns. Bis bald wieder bei Künstler der Region. ZDF 2 Plus 2 1 2 2